Einen wunderschönen guten Morgen. Schatzi, bist du im Stress? Ja, guten Morgen. Na, ich konzentriere mich hier nur. Ja, ist auch gut so. Wir wollen hier auch vernünftig ankommen. So, ganz kurze Info. Der Platz war super, der Spargelhof. Total still. Also ich habe nichts gehört. Hast du was gehört? Ich habe nichts gehört, nein. War alles easy, alles schön. Entgegen vieler Meinungen. Einiger Meinungen. Nein, 600 Meter. War nur einige? Ja, okay. So, wir machen uns jetzt auf den Weg nach Österreich oder über Österreich nach Maribor. In sechs Stunden sollten wir da sein, heißt es. Mal gucken, wo muss ich denn jetzt lang? Nein, gerade aus. Gerade aus. Richtung München, Regensburg. Jo, ne, wie gesagt, die Nacht war super, hat aber auch durchgenieselt, ne? Kann man schon sagen? Ja. Und wir, vor allen Dingen, ich meine, das war ja jetzt wirklich, also ich fand es einen sehr schönen Stellplatz für 10 Euro. Der war komplett leer. Ja. Also wir standen da jetzt echt die ganze Zeit alleine. Ne, war easy gut. Alles, alles fein. Also kann man sich merken. Ich verlinke den sowieso nochmal da unten, ne? Wischte Bescheid. So, wenn noch was ist, melden wir uns. Ansonsten knallt Schatzi jetzt durch nach Maribor. Jawoll. Hat übrigens aufgehört zu regnen. Jo. Schon mal gut. Soll auch heute hier gar nicht mehr regnen. Ja, okay, das ist auch schön für das Hochwasser. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das Ding meint er hier. Also wenn das jetzt auch ein Schokoladencenter hier ist, dann bin ich exakt richtig hier. Ah, da ist die Drau. Also wo die Entsorgung ist, das habe ich noch nie gefunden. Aber ich habe gelesen, die soll 1 Euro kosten. Minigolf hier? Nee, Rutsche. Nee, Spielplatz, alles klar. Guck mal, es tut schön. Bolesplatz, Basketball, Spielplatz, Plätzchen am Wasser. Wat wilsch de meer? Ist es kalt? Oh, ist frisch. Ist frisch. Kalt will ich jetzt nicht sagen, aber frisch. Da muss aber erstmal etwas machen. rausholen, aus dem zumindest hier. Aber das ist das Beste hier, oder? Man fliegt mega. Ganz vernünftig sitzt ein richtiger Stuhl. Ach guck mal, einen Pool haben sie auch noch. Herzlich willkommen in Slowenien. Schöne Grüße von der Trau. Mega. Ich finde die gut. Komm, wir gehen da mal rum. Also das Schlafzimmer mit Blick auf die Trau. Top gepflegt. Kannst du nie meckern. Ganz stimmig. Abends hier noch Beleuchtung, die Feuerschale da. Ich habe zwar keine Ahnung, ob die Trau mal glas klar war und das jetzt alles noch mit den Überschwemmungen zu tun hat. Also Christine hat gerade mal geguckt, die Hütten, die wir da gerade gesehen haben, diese schwarzen Dinger. Das ist das Chocolate Village. Also hier gibt es keine Schokolade. Richtig? Oder weil ich das richtig verstanden habe. Also es ist keine Schokoladenfabrik hier. Was ich übrigens sehr bedauere. Aber das ist hier dieses kleine Dörfchen. Und jetzt haben wir gerade mal geguckt, für alle, die sich fragen, was mag sowas kosten? Schatz? Also ein Raum, zwei Personen, eine Nacht, 245,65 Euro. Das ist schon ein stolzer Preis. Also das mal zur Info. Wer hier gerne hin möchte und kein Wohnmobil hat. Oder Wohnwagen oder Zelt. Radwandern kann man hier ganz gut, glaube ich. Bikepacking, dann kannst du hier übernachten. Aber mit Pool, ne? Oder? Mit Pool, ja. So nämlich. Und liegen am Pool. Also da draußen, die, ne? Eine riesen Liegewiese mit liegen und... Inklusive Vollpension? Ne, das ist nur Übernachtung. Und werden jetzt auch was essen? Irgendwie eine Scheibe Trockenbrot mit hochgeborenen Käse? Also ich nehme dann aber lieber den Nudelsalat mit Frikadellchen dazu. Nehme ich auch. Alles klar. Dann sehen wir uns wahrscheinlich morgen früh in Maribor. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ein wunderschön. Guten Morgen aus Maribor. Beziehungsweise noch nicht, ne? Ja. Auf dem Limbus. Auf dem Limbus. Limbus. Ja, wir werden jetzt mal nach Maribor fahren. Mit Bikes. Ja. Und mal gucken, wie das da aussieht. Oder? Ja. Ja. Und ganz in Ruhe. Hat aufgehört zu regnen. Ja. Gestern Abend. Fing es an. Hat durchgerechnet quasi. Ja. Bis heute Morgen so gegen 4 Uhr vor 9. Dann hat es aufgehört. Klart ein bisschen auf. Soll ja jetzt schöner werden. Wir werden sehen. Genau. Wir lassen uns überraschen. Ach. Strauf. Das Urlaub. Ne? Lassen wir uns auch nicht vermiesen, die Scheiße. So. Die Drau ist voll. Schnell am fließen dran. Ja. Ja. Sieht alles gut aus. Wenn das ein Radweg ist, ist aber okay. Alter. 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 Oh. Oh. Oh mein Scheiße. Das habe ich nicht mehr geschafft. Das ist steil hier, ne? Ja. Oh. Geht schon. Geht schon. Geht schon. Geht schon. So. Guck mal, was ich gefunden habe. Halleluja. Boah. Das heißt ja mal Fetterkäfer. Netter oder? Ein Fetter. Ja auch. Ziel. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist so gut. Hier haben wir viele Pups und Vistros. Man, ist echt schön hier. Wir sind jetzt auf dem Weg oder suchen jetzt mal eine Eisdiele. Hier bist du, 4 Euro, bitte. Okay, ist es möglich? Nicht ganz Eis. Lecker. Vielen Dank. Danke. Was hast du für eins? Joghurt, Beere. Snickerig. Snickers. Nüsse. Auch lecker. Und jetzt? Wo wollten wir jetzt hin? Jetzt müssen wir, glaube ich, hier hoch. Jetzt haut sie wieder ab. Aber macht es ja gerne. Ach so. Wo wollten wir jetzt hin? Irgendwie zum City Park. Ach ja, genau. Das City Park. Und dann gibt es noch hier so einen Turm, der interessiert mich. Unten an der Drau, an der Drawa. Was auch immer. Jo. Dann müssen wir weiter. Wir essen jetzt auch, oder? Bei dir in Ruhe. Lecker. Wir haben Urlaub. Musik 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 Der Stadtpark, auch schön, schön grün. Das ist aber jetzt so ein bisschen außerhalb der Stadt, Randgebiet, würde ich sagen. Ja, im Norden, nördliche Rand von Maribor. Im Norden, Mord im Norden. Ne, wie heißt das? Morden im Norden. So, jetzt kommt nämlich hier der Pflanzengarten. Oh, da wollte ich eigentlich mal hin. Ist Papa doch da. Aber irgendwie... Da oben? Möglich, aber so wirklich ist hier nichts zu sehen. Vom Prinzip ist der nur grün, ne? Ja. Das ist nicht fair. Ein paar Skulpturen, Sitzplätze, ein paar schön angelegte Wege, Spielplatz sehe ich da gerade. Einfach mal hier über den Rasenballern. Jo. Nein, die kannst du bestimmt schon mal schön laufen. Ja. Ist schon okay. Da oben ist noch so ein kleiner Berg. Müsste man jetzt bei mir im Hintergrund sehen. Wir werden jetzt nochmal an der Drauf vorbeifahren, also Richtung Stellplatz wieder. Und dann kommen wir an so einen mittelalterlichen Turm. Ja, wir können ja jetzt... Wasserturm vorbei und der ist glaube ich auch begehbar. Den gucken wir uns auch nochmal an. Also der Turm hier ist von 1540. Und war mal der erste Teil der Stadtmauer. Okay. Und ich glaube auch, das Dach ist ungewöhnlich, so kreisrund. Mal gucken, ob wir da reinkommen. Geschlossen. Naja, frei hat er ja auf, wenn ihr hier seid. Soll sehr interessant sein. Oh, ein Gestöhne, ein Gejanke, ein Gemaule. Hast du angemacht dir? Ich habe alles angemacht. Alles an. So, das war die Tour. Ja, schön. Tour Maribor. Jo. Ne, war wirklich schön. Schön zu fahren mit dem Fahrrad da rein. Ja, mega. Also hier an der Drauf entlang. Ja, mega. Der Drawer. Habt ihr gesehen. Ne, war gut. Stadt selber, auch ganz interessant. Ja. Ist eine junge Stadt so, ne? Also von Bevölkerung her. Ja, ist Uni. Viele Unis. Zwischendurch wird gekifft. Riecht man zumindest. Ja, man lebt hier, ne? Ja. Waren jetzt 14, 15 Kilometer? 17. 17? 17. 17 waren es. Mit durch die Stadt laufen, mit Fahrrad. Ja. Gut, wir sind fast wieder raus, bis zum Park. Ja, der Park, der ist jetzt grün. Ja, grün. Ja. Also, ich hatte mir mehr versprochen. Ja, du hast ja Blumen irgendwo gelesen, ne? Ja. Oder Pflanzenwelt oder irgendwie sowas. Aber vielleicht ist das jetzt auch noch. Ich keine Ahnung. Ich weiß das nicht. Was? Ich auch nicht. Achso. Wir gehen gleich nochmal eine Pizza hier organisieren, an diesem Chocolate Village. Jack & Joe. Jack & Joe. Jack & Joe, Barbecue, irgendwas. Burger. Barbecue, Burger, Pizza. Barbecue. Ja. Und ansonsten passiert auch nichts mehr. Ja. Wir gehen jetzt. Ja. Und wir haben uns noch einen Berliner geholt, beim Hofer. Jo. Das war's für heute. Aber noch nicht von Slowenien, wenn der gerade ist angefangen. Ja. Dann machen wir da jetzt erstmal gut. Morgen. Also, wir bleiben heute Nacht noch hier, ne? Ja. Und morgen nach dem Frühstück zischen wir ab und nach? Pidui. Pidu. 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 Oder wie auch immer. Wir werden das aber morgen sagen. Genau. Ist aber hier ein Katzensprung. Vermutlich nur eine halbe Stunde mit dem Auto oder so. Keine Ahnung. Wir werden sicher. Alles klar. Bis später. Dosvidani. Tschüss. Bis später. Bis später. Bis später. Bis später.